Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema Hepatitis B an. Viel Spaß beim Video. Die Hepatitis B-Impfung stellt eine der wirksamsten Maßnahmen zur Prävention von Hepatitis B dar. Diese Impfung ist besonders wichtig, da das Hepatitis B-Virus, HBV, hochinfektiös ist und sowohl akute als auch chronische Lebererkrankungen verursachen kann. Der Impfstoff besteht aus nicht infektiösen Bestandteilen des Virus, die das Immunsystem anregen, spezifische Antikörper gegen das Virus zu produzieren. Diese Antikörper bieten Schutz vor einer Infektion, indem sie das Virus neutralisieren und dessen Vermehrung verhindern. Die Hepatitis B-Impfung erfolgt in der Regel in drei Dosen. Die erste Dosis wird im Säuglingsalter, meist innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt, verabreicht. Die zweite Dosis folgt nach einem bis zwei Monaten und die dritte Dosis wird nach sechs Monaten verabreicht. Diese Impfschemata gewährleisten eine hohe Immunogenität und führen in den meisten Fällen zu einer lang anhaltenden Immunität. Bei Erwachsenen, die bisher nicht geimpft wurden, kann die Impfung ebenfalls nach diesem Schema durchgeführt werden. Besondere Empfehlungen zur Hepatitis B-Impfung gelten für bestimmte Risikogruppen. Dazu gehören medizinisches Personal, Personen mit häufigem Kontakt zu Blut- und Blutprodukten, Menschen mit chronischen Lebererkrankungen sowie Personen, die in Regionen mit hoher Hepatitis B-Prävalenz leben oder dorthin reisen. Auch Menschen mit engem Kontakt zu Hepatitis B-infizierten Personen sollten geimpft werden, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Die Wirkung des Hepatitis B-Impfstoffs basiert auf der Aktivierung des Immunsystems. Nach der Injektion des Impfstoffs erkennt das Immunsystem die Virusbestandteile als fremd und produziert spezifische Antikörper. Diese Antikörper bleiben im Blutkreislauf und sind bereit, das Virus BI einer späteren Exposition zu neutralisieren. Darüber hinaus wird eine zelluläre Immunantwort ausgelöst, die infizierte Zellen erkennt und zerstört. Diese duale Immunantwort bietet einen umfassenden Schutz vor einer HBV-Infektion. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Hepatitis B-Impfung ist die Herdimmunität. Wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Virusverbreitung, da weniger Personen anfällig für eine Infektion sind. Dies schützt auch diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, oder BI, denen die Impfung keine ausreichende Immunantwort hervorruft. Herdimmunität ist besonders wichtig in Gemeinschaften mit hoher Prävalenz, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Die Sicherheit des Hepatitis B-Impfstoffs ist gut dokumentiert. Nebenwirkungen sind meist mild und umfassen Schmerzen an der Injektionsstelle, leichte Fieberreaktionen und vorübergehende Müdigkeit. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind äußerst selten. Die Vorteile der Impfung überwiegen jedoch bei weitem die möglichen Risiken, insbesondere angesichts der schweren Komplikationen, die mit einer HBV-Infektion einhergehen können, wie Leberzirrhose und Leberkrebs. In vielen Ländern ist die Hepatitis B-Impfung Teil der nationalen Impfprogramme. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, empfiehlt die Integration der Impfung in die regulären Impfpläne, um die globale Verbreitung von Hepatitis B zu reduzieren. Länder mit hohen Impfraten haben signifikante Rückgänge in den Neuinfektionsraten und den damit verbundenen Krankheitslasten verzeichnet. Dies unterstreicht die Wirksamkeit und Bedeutung der Hepatitis B-Impfung als öffentliches Gesundheitsinstrument. Die kontinuierliche Überwachung der Impfeffizienz ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung gut geschützt bleibt. Studien zeigen, dass die Immunität nach der Grundimmunisierung in der Regel mehrere Jahrzehnte anhält. In einigen Fällen können Auffrischungsimpfungen notwendig sein, insbesondere bei Personen mit geschwächtem Immunsystem oder bei Personen, die einer hohen Expositionsgefahr ausgesetzt sind. Bevor es gleich weitergeht, ein wenig Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich extra ein passendes Lernheft zum Thema entworfen. Dort finden sich nicht nur hilfreiche Texte, sondern auch Zusammenfassungen und Aufgaben. Alternativ gibt es ein komplettes Sparpaket für Dich und das kommende Staatsexamen. Hier bereiten wir Dich ideal auf die Prüfung vor und Du bekommst alle Materialien, die wir zu den Themen der Klinik haben. Bekomme jetzt 20% mit dem Code WELCOME. Den Link findest Du in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Die Diagnose und Therapie der Hepatitis B erfordern eine umfassende medizinische Herangehensweise, um die Krankheit effektiv zu kontrollieren und ihre langfristigen Folgen zu minimieren. Hepatitis B, verursacht durch das Hepatitis B-Virus, HBV, kann zu akuten und chronischen Infektionen führen, die unterschiedliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen erfordern. Die Diagnose einer Hepatitis B-Infektion beginnt in der Regel mit serologischen Tests. Diese Tests suchen nach spezifischen Antigenen und Antikörpern im Blut, die auf eine HBV-Infektion hinweisen. Das Hepatitis B-Oberflächenantigen, HBSAG, ist einer der frühesten Marker, der im Blut nachweisbar ist und auf eine akute oder chronische Infektion hinweist. Das Vorhandensein des HBSAG für mehr als 6 Monate deutet auf eine chronische Infektion hin. Zusätzlich können Antikörper gegen das Hepatitis B-Kernantigen, Anti-HBC, und das Hepatitis B-E-Antigen, HBAAG, sowie deren spezifische Antikörper, Anti-HBE, bestimmt werden, um den Verlauf der Infektion genauer zu charakterisieren. Bei Patienten mit chronischer Hepatitis B kann die Viruslast mittels Polymerase-Kettenreaktion, PCR, quantifiziert werden. Dieser Test misst die Menge des viralen Erbguts im Blut und gibt Aufschluss über die Aktivität des Virus. Eine hohe Viruslast ist oft ein Indikator für eine aktive Replikation des Virus und ein erhöhtes Risiko für Leberkomplikationen. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall-Computertomographie, CT oder Magnetresonanztomographie, MRT, können eingesetzt werden, um den Zustand der Leber zu beurteilen und mögliche Schäden wie Leberzirrhose oder Leberkrebs zu erkennen. Die Behandlung der akuten Hepatitis B zielt in der Regel darauf ab, die Symptome zu lindern und den Körper BAE der Bekämpfung der Infektion zu unterstützen. In den meisten Fällen erfordert die akute Hepatitis B keine spezifische antivirale Therapie, da das Immunsystem in der Lage ist, das Virus zu eliminieren. Ruhe, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine ausgewogene Ernährung sind wesentliche Bestandteile der unterstützenden Therapie. Bei schweren Verläufen, insbesondere bei drohendem Leberversagen, kann eine Hospitalisierung erforderlich sein. Die chronische Hepatitis B hingegen erfordert eine langfristige Behandlung, um die Virusvermehrung zu unterdrücken und die Schädigung der Leber zu minimieren. Nukleosid und Nukleotid-Analoga wie Tenofovir und Entekavir sind die Hauptpfeiler der antiviralen Therapie. Diese Medikamente hemmen die virale DNA-Polymerase, ein Enzym, das für die Replikation des Virus notwendig ist, und reduzieren somit die Viruslast im Blut. Eine regelmäßige Überwachung der Viruslast und der Leberfunktion ist entscheidend, um den Behandlungserfolg zu beurteilen und Anpassungen der Therapie vorzunehmen. Zusätzlich zur antiviralen Therapie spielt die regelmäßige Überwachung eine zentrale Rolle im Management der chronischen Hepatitis B. Dies umfasst serologische Tests, die Messung der Viruslast und bildgebende Verfahren zur Beurteilung des Leberzustands. Die Früherkennung von Leberkomplikationen wie Zirrhose und Leberkrebs ist entscheidend, um rechtzeitig therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Patienten mit chronischer Hepatitis B sollten regelmäßige Kontrollen wie ein Facharzt für Gastroenterologie oder Hepatologie wahrnehmen, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Therapie ist die Behandlung von Leberkomplikationen. Bei Patienten mit Leberzirrhose kann eine Lebertransplantation notwendig werden, wenn die Leberfunktion stark eingeschränkt ist. Die Transplantation ist oft die letzte Therapiemöglichkeit für Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung. Für Patienten mit Leberkrebs können chirurgische Eingriffe, Chemotherapie oder Strahlentherapie erforderlich sein, abhängig vom Stadium und der Ausdehnung des Tumors. Neben der medikamentösen Therapie und Überwachung ist auch die Patientenaufklärung von großer Bedeutung. Patienten sollten über die Natur der Erkrankung, die Bedeutung der Therapieadherenz und Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung des Virus informiert werden. Lebensstiländerungen wie der Verzicht auf Alkohol und eine gesunde Ernährung können ebenfalls zur Verbesserung der Lebergesundheit beitragen und das Risiko von Komplikationen verringern. Bevor das Video nun zu Ende ist, ein wenig Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich extra ein passendes Lernheft zum Thema entworfen. Dort finden sich nicht nur hilfreiche Texte, sondern auch Zusammenfassungen und Aufgaben. Alternativ gibt es ein komplettes Sparpaket für Dich und das kommende Staatsexamen. Hier bereiten wir Dich ideal auf die Prüfung vor und Du bekommst alle Materialien, die wir zu den Themen der Klinik haben. Bekomme jetzt 20% mit dem Code WELCOME. Den Link findest Du in der Videobeschreibung. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.